Engelmann, gibt es das Traum-Comeback, Kevkir mit der Flagge, die Schuss aufs Trente, nach Schuss, was für eine überragende Parade, war das bitteschön. Bringen sich das selber in die Bredouille. Wieder schnell umgeschaltet, direkt gespielt, Engelmann im richtigen Moment den Ball abgelegt, auf Kevkir und dann Felix Bastian, das hält er überragend. Alle Spiele live, nur beim Agenta Sport.